Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKStA, beendet die Ermittlungen gegen Ex-Öberg-Chef Thomas Schmid. Ihm wird vorgeworfen, im Ibiza-Untersuchungsausschuss 2020 falsch ausgesagt zu haben. Die WKStA erklärt, dass Schmidts Aussagen zum Teil objektiv richtig gewesen seien und er im Rahmen seines Rechts als Beschuldigter unvollständig geantwortet habe. Daher bestehe kein hinreichender Verdacht und die Ermittlungen werden eingestellt. Eine weitere Anzeige gegen Schmidts betrifft seine Aussage als Zeuge in der Hauptverhandlung gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Hier sieht die WKStA keinen Anfangsverdacht und das Gericht hält seine Aussage für glaubwürdig.